wo bin ich war ich war da unten irgendwo wo bin ich jetzt was ist jetzt was kommt jetzt ich sehe nix es kommt ein ein herzliches hallo liebe zuschauer willkommen zu einer neuen ausgabe der cd rumtreiber mit tourmaniac ja die gelegenheit nutzen ist das motto und den amiga 2000 ins wohnzimmer hieven das habe ich hier gerade getan für eine aufnahme session von der cd rumtreiber und ich bin noch auf der amiga cd sensation golden games von stefan osowski ist von der letzte retro börse aus heerenwehen und ich habe zwar noch 50 und mehr andere cd roms da bei mir rumliegen das heißt ich habe stoff für jahre aber ich muss natürlich auch die zeit dazu haben videos zu machen und natürlich auch die lust beides trifft im moment zu und deswegen gehen wir hier mal weiter ich bin in dieser great action schublade zuletzt haben uns dieses bobble angeguckt was boli 5 eben ich muss mal kurz gucken gibt es ein icon naja das habe ich schon da habe ich schon ein video gemacht nicht so lange her wir gucken mal was bomb pacman ist das ist bis jetzt immer so dass man nach den games resetten und neu starten muss weil man aus dem game selber so nicht rauskommt aber das macht nichts ich habe dann ja immer einen entsprechenden schnitt gesetzt und bin dann beim nächsten game wieder da und so wird das hier wahrscheinlich auch laufen das heißt wir gucken mal bomb pacman uns an centipede natürlich und circus oder was das sein soll vorausgesetzt die laufen alle drei und dann wird es die diese ausgabe von der cd rumtreiber zu sehen geben hoffentlich genug gelabert starten wir mal es sind gemerkt palores für dieses mal f1 spielstart f2 startlevel f3 sound an 4 schnell highscores lobpreisungen lobpreisungen anleitung ich würde sagen f1 spielstart nicht lang schnacken und durchdrehen ich hoffe es spielt sich mit was ist denn das wo bin ich war ich war da unten irgendwo wo bin ich jetzt was ist jetzt was kommt jetzt ich sehe nichts ja hallo kann ich denn auch mal was sehen hier was ist denn das für eine scheiße was hat denn das ich höre nur was dass da was ist aber ich kann überhaupt ich bin aus irgendeinem grund unsichtbar habe keine ahnung warum und ich liebe noch okay ich habe es geschafft obwohl ich unsichtbar bin irgendwie den level ausgang zu finden im mxx ja und wo bin ich irgendwas stimmt hier spritetechnisch nicht ich bin ja unsichtbar was soll denn der scheiß ich bin da unten aber ich kann mich ja nicht sehen was ist denn das bitte für eine scheiße warum bin ich nicht zu sehen womit hat das zu tun es ist so toll programmiert könnte ich mich sehen sehe die sache wahrscheinlich anders aus ich mache punkte obwohl ich mich nicht sehe da bin ich dann instant death weiß ich nicht was soll das na gut selbstmord so ja warum sieht man sich nicht was soll das weil das game sonst scheint ja zu funzen f7 anleitung warte mal shift escape programm ende du bist bomb pack paramilitärischer vorfahr der bekannten pampel musa auf der jagd durch die gänge von desastrous castle steuerung mit den cursor tasten und space zum bomben liegen schweiß ich in port 2 escape tötet shift escape beendet das spiel deine aufgabe sammle alle pillen und gehe in den nächsten level space oder feuer für nächste seite türen lassen sich mit schlüssel gleicher farbe öffnen ja aber hier steht nicht dass man unsichtbar ist ja weißt du teufel was da los ist dann gehen wir hier einfach mal raus wenn wir hier wirklich rauskommen ist natürlich cool shift und escape vielleicht kommt man auf die weise auch aus anderen games raus hier im rhythmisch steht nicht zufällig irgendwas moa 16 ja das ist super das hat mir super weitergeholfen gut das war bomb pack man da gucken uns mal centipede an und ich hoffe dass es einfach centipede wie man es von der arcade kennt ich bin mal gespannt wie die umsetzung für den amiga hier ist blinkt und schmiert ab so liebe leute da bin ich wieder hä geht das einfach schon los centipede ich habe es reingeladen und interessanterweise schaltet das hier in den pal internet modus damit spielbar ist deswegen vorhin ist er mehr im pal normal modus abgeschmiert aus irgendeinem grund weiß auch nicht warum pal olores nun da und pal internet da lädt das komischerweise ich bin jetzt echt überrascht was ich aber hier sagen muss ganz ehrlich mir gefällt die originalversion am c64 cartridge besser als die version hier muss ich mal sagen das ist also jetzt nichts wirklich besonderes muss ich sagen das centipede also habe ich schon schöner gesehen also ich finde für ein public domain game wäre hier am amiga auf jeden fall mehr drin gewesen meiner meinung nach ja was war das jetzt irgendwie habe ich es überlebt okay gut reine punkte hat ja aber warum das jetzt im pal hinterlässt modus läuft ist schon komisch na gut es läuft überhaupt das ist ja schon mal schon mal gut die gute nachricht aber es ändert sich ja nicht viel von den farben wenn man centipede wenn man die wirklich alle teile erwischt hat dann ändert sich jetzt nicht irgendwie die farbe der pilze oder so jedenfalls dass man jetzt nicht aufgefallen kann den feuer button gedrückt halten okay ja hier ist aber action in der bude ich krieg nichts tot scheiße man ich habe auch nichts getroffen ich krieg nichts erwischt nur ich werde erwischt ja ja alles immer irgendwie mehr vom gleichen sehen wir da ich habe wirklich mehr erwartet ist es spielbar das kann man sagen aber da habe ich wirklich schönere version schon gesehen ihr könnt mir gerne mal schreiben was ihr zu dieser version hier meint von centipede ich finde neuer gut die ist halt mit auf der sammlung ich kriege einfach da nicht kaputt was das für eine scheiße boah das war knapp deswegen gab es auch noch mal richtig fett punkte von der spinne ja denkst du ich krieg das mal irgendwie geht doch was ah das war game over ich jetzt sind es von vorne an da sind die punkte wieder auf null ja gut äh ich muss hier aber mit sicherheit auch einen schnitt machen weil wenn der jetzt von ähm heires umschaltet auf flores ähm dann braucht der frame meister einfach wieder länger deswegen mache ich hier einen schnitt und wir sehen uns dann beim dritten game wieder und ja wenn es denn läuft das kennt man ja jawohl bereit zum letzten video in dieser runde und das nennt sich circus ich habe vorhin mal kurz angetestet ob es überhaupt läuft und ihr seht es hier auch außer dass der sound ein bisschen komisch ist warum weiß ich nicht wer von euch natalie 2600 hatte der kennt vielleicht das circus atari und zwar spielt man das mit paddles mit den atari paddles und das ist genau das gleiche nur halt in deutlich einfacherer grafik die die ballons sind halt einfach nur quadrate und so weiter und das ist jetzt hier mal so ja eigentlich ganz hübsches remake ihr seht es hier schon um was es geht und ich versuche mich jetzt mal da eine runde dran ich denke du es reicht zur demonstration oder ich guck mal es reicht um zu demonstrieren wie gut ich mich hier anstelle oder auch nicht vorhin habe ich anscheinend den vorletzten platz belegt und je weiter außen man die wippe trifft desto höher springt man muss halt immer gucken dass man hier unseren clown nicht daneben klatschen lässt da habe ich ein extra eingesammelt ein ein sprung sei die frage ist nur viel lange hält das nicht lange okay das heißt dass das da so fällt das gibt noch mal diverse boni das ist ja nice und mit der maus ist es auch erstaunlich gut spielbar muss ich sagen das habe ich jetzt nicht doch ich habe irgendwas erwischt ich weiß noch nicht ach guck mal da ich kann ihn jetzt so lenken das ist ja witzig also es gibt durchaus nice extras also ballons lassen sich lenken dieser blumenstrauß macht spannt ein schutzseil das ist ja noch schlecht ja das lässt sich halt schön präzise mit der maus steuern das ist cool ja den schirm konnte ich leider nicht einsammeln da geht es dann ganz oben zu kommen ist natürlich auch nicht so leicht ich muss ihn halt ziemlich außen treffen damit ich überhaupt mal ansatzweise überhaupt so hoch kommen ja der sound spinnt hier ein bisschen aber egal das game ist spielbar ja das war nicht so schlecht jetzt haben wir nur noch einen ja versuch dem dazu okay gut ich wollte sagen versuch dem mal zu treffen jetzt können wir das hier so ein bisschen auch bämm 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 aha der schirm hatte immer kurz angehalten aua also da muss ich sagen das ist eigentlich ganz nice gemacht mit einigen upgrades gegenüber der atari 2600 version die aber auch schon aspach uralt ist jetzt kam da keiner aufgepasst flatsch kaputt ja da machst du nix dran boah was war das denn für eine gemeinheit voll runtergebasht aber wir haben noch einen also das gefällt mir jetzt gar nicht so schlecht aua nun gut enter your name to maniac und diesmal bin ich auf platz ja irgendwie so in der mitte 7055 alles gut so das war nummer drei hier in dieser ausgabe der cd rumtreiber am amiga 2000 und ich hatte auf jeden fall spaß beim ausprobieren eins der besseren games hier in dieser runde eigentlich das beste game in der runde weil dieses komische bomb packman das lief ja nicht richtig centipede war eher mäh also das hier war meiner meinung nach jetzt das beste in dieser ausgabe ich hoffe aber ihr hattet genauso viel spaß beim zuschauen wie ich beim ausprobieren denn das hatte ich auf jeden fall und wenn dem so ist dann würde ich mich freuen wenn ihr das honorieren würde mit dem däumchen nach oben oder noch geiler wenn ihr den kanal abonniert damit wir dann endlich mal so ein bisschen auch weiter kommen hier das motiviert mich auch ungemein zum weitermachen denn ja für irgendwann muss es ja gut sein also bleibt mir treu empfehlt mich weiter ciao bis zum nächsten video macht's gut euer tomaniac ja